Wo ist denn mein Schaf? Schafi, 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 Schafi! Schafi, wo bist du? Ich mein's ernst. Jetzt hast du einen Moment wegzulaufen, musst du es schaffen. Sondern du bekommst die Hand, die gibst dich. Oh, Backe. Oh, yeah. Ganz vorsichtig. Oh, dreckige Kacke, ich wollte wieder einspringen. Kann man nicht noch verlechsen, die will. Leute, ich nehme weiter auf, wenn ich Schaf gefunden habe. Bis gleich. Oh, äh, diese fetten Kühe sind der erste Handelspunkt für Schafe. Und das leh, äh, und, ähm, guck mal, wie viel Kühe das sind, die ich abschlachten werde. Ja. Ah, Schafi, Schaf, 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 Schaf! Ich komme, du Hurensohn! Oh, Schafi, 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 Schafi. Ich hab euch so vermisst, ihr Schafis. Ich liebe euch. Bitte bumst mich. Ihr müsst Kinder machen. Kompte mit mir. Sauber der Arbeit, Kumpel. Ich habe auch noch eine Höhle gefunden. Oh ja, jetzt mir leidert. Und jetzt gehe ich noch die Skühe abschlachten. Gucken erstmal, wie viel ich gekriegt habe. Ich müsste für ein paar Bilder reichen. Nein. Man hat drei Schläge reichen. Für die... War das nicht gelass? Geht gar nicht. Alles Einbildung. Fuck, alles klar. Ich geh. Das ist noch ein Schafi, ne? Ey, Tidi, 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 Tidi und Schafi Schafi. So, da, da, schau ab. Und... So, da, da, schau ab. ...leckt immer mehr. Wenn nicht, hier werde ich mich nicht von Maus entfernt. Für einen kleinen Plan, wieso? Mal gucken, was über diesen... ...diesen Ding da ist. Oh, nein. Wenn ich das weiß. Ist das Eisen? Ja, das ist Eisen. Da muss ich auf jeden Fall nochmal herkommen. Falls ich wieder nach Hause finde. Also, Leute. Ich geh nach Hause. Und jeder vielleicht dabei sein. Und zwar denke ich... ...glaub ich immer geradeaus. Ich finde das schon irgendwie... ...irgendwie findet man immer nach Hause. Oder, Leute? Also, wenn man in einer Hühle... ...alleine... ...enggegraben ist. Ja, so war es damals bei mir. Konnte nicht mehr raus. Also, dann musste ich mich mit... ...mit eigener Faust rausgraben. Mit der Faust. Habe ich keine Spitzhacke mehr. Alles kaputt. Dann musste ich mich rausgraben. Ja. Da war der Lavasee. Also heißt es Links. Indiana Jones schreitet zur Tat. Weiter weiß ich nicht. Entweder du hast Links oder Rechts. Ich find mir nicht genug sicher. Aber ich denk hier lang. der Finklinien zu denken wenn ich jetzt wenn ich jetzt wieder zu aus die Tüte die es ist schon mal ein gutes Zeichen es nicht leckt dann dann heißt es das wird bei zu Hause sind hier ist ein Stück Strand das heißt sie sind noch nicht so aus ich schwör sich die ich bin ich lebendig und wenn ich die Hausaufgaben Kürbisköpfe hatten so das machen die wenn man die aufsitz setzt dann sieht es wohl geil aus aber man kann so nicht zocken aber zum beim halloween werde ihn auch sechs setzen nächstes Jahr schade 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 dass keine Flamemort drin hatten wir sonst hätten wir jetzt es locker gefunden egal Leute bis gleich komisches und zwar eine Stadt ganz toll die Stadt wie schön und mein Haus ist weg ja ganz schön schon wieder wie beim letzten Mal ich war nicht so dumm bin solltet man Leute beim nächsten ähm warte ich 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 suche das jetzt ich scheine auf die Stadt ich suche das jetzt bis dann da hatten wir was ich gefunden hab halle ups ok jetzt geht es weiter mit dem Freundengesang Traum äh ja alle l ja ich mein Haus gefunden wo bin ich froh es hat zu lange gedauert und ja ich hab ähm neues Baumbus gefunden Bier da hätte ich mich nicht abgehakt kürz wo dann können wir unser paar Bilder mochen unter Raunschung auch einen schönen großen Fernseher ich will er kann ich ja ich habe wie viele Programme wollen wir denn das ist die Frage wenn die Pumpkins die tue ich hier mal rein Essen kommt hoch dieses Glee eine Kiste das tue ich auch hier rein Leder brauche ich nicht die mich in die Mischung ist doch gleich er hat immer gebrauchen Leitern doch uns gar nicht die Kürze kann auch zu einem Dingschirn Kohle kann doch immer gebrauchen Sticks passt so Stings tue ich hoch Schere brauchen wir jetzt nicht wir haben E-Lots okay das hört man groß fände ich 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 jung jung ich brauche jetzt mal ein Bild ähm, nee, äh ähm, dann erstmal da essen das ist noch nicht gebraten braten wir jetzt mal das auch federn, scheiß draus kommen wir hier rein das ist sugar da machen wir uns noch nen Garten draus ok ah, Pilze kommen auch noch rein so, dann hab ich noch ein bisschen Kohle für dir der soll dester braten ah, fuck nee, für die Taste spritzt du und das sprit dein Kollege und die unteren braten gerade nix naja, egal ah ja, Workbank Workbank ich glaub eins das machen wir zwei Bilder erstmal das geht so, du tust man tut außen rum Holz und in den keine Wolle versteh ich nicht ja, das ist eine Kiste, aber äh ich will eine Wolle äh, ich meine ein Bild wieso geht das nicht hm ist auch Wolle ah, jetzt warte mal ich will noch was ausprobieren das glaub ich dann tun wir mal schnell das verwandeln naja, zwei ok äh wie geht das ich bin ja total ratlos ich weiß nicht das ging doch immer so oder wurde es geändert ähm ähm ja, ich hab keine Ahnung sorry, ähm ein Mann, Leute ich schau mal kurz bei Minecraft-Wiki nach ich schau mal kurz